Herzlich willkommen. Mein Name ist Patrick Dressler und ich bin Produktmanager bei der DEVELOP. In der nächsten halben Stunde darf ich Ihnen etwas erzählen über Office-Vorlagen, wie wir sie zentral verwalten und wie Sie von unserem Vorlagenmanagement profitieren können. Heute würde ich das ganz gerne einfach mal am Beispiel eines realen Prozesses durchführen. Und das ist der Arbeitsvertrag. Ich glaube, wir können uns alle etwas darunter vorstellen und auch, wie so etwas in der Verwaltung laufen kann. Um es kurz zu verdeutlichen, haben wir einfach ein kleines Schaubild mitgebracht. Als allererstes ist es wichtig, dass wir das Auswahlverfahren abschließen. Das bedeutet konkret, wir entscheiden uns für eine Person, die eine Stelle bekommt. Wie schaut es danach aus? Danach ist es häufig so, dass wir einen Arbeitsvertrag erstellen. Und jeder kennt es, einen Arbeitsvertrag, den bekommt man einmal zugeschickt, es gibt eine gewisse Entwurfsphase. Aber viel wichtiger ist es dabei, wie entsteht so ein Arbeitsvertrag? Heute ist es so, dass häufig ein alter Arbeitsvertrag genommen wird und dieser wird kopiert und wird dann angepasst an den neuen Arbeitsvertrag. Das wäre doch viel cooler, wenn wir im System alle Vorlagen hinterlegt hätten, auch einen Arbeitsvertrag mit seinen Eventualitäten und wir ihn dann einfach nutzen könnten. Dadurch sparen wir uns zum Beispiel auch, bestehende Arbeitsverträge nochmal anzupassen oder den Arbeitsvertrag auch entsprechend zu kopieren. Wir wollen diesen Prozess jetzt einfach mal sehen, wie er auch komplett digital mit unserem Vorlagenmanagement ablaufen kann. Dazu werfen wir als allererstes einen Blick auf die Herausforderungen, die wir dabei haben. Wenn wir den Arbeitsvertrag sehen, haben wir eine gewisse Fachlichkeit, die in der Abteilung als solches durchgeführt werden muss. Aber viel wichtiger dabei ist, dass wir das aktuelle Corporate Identity nutzen. Wir haben gerade selber eine kleine Umfilmierung gemacht. Das heißt, wir hatten neue Logos, wir haben neue Namen bekommen, wir mussten alle unsere Briefvorlagen anpassen und weil wir das Tool selber nutzen, mussten wir dies nur an einer Stelle machen. Das ist auch eine Aufgabe, die bei uns vom Marketing, bei Ihnen heißt es häufig Öffentlichkeitsverwaltung oder Öffentlichkeitsarbeit, gepflegt wird. Und das ist zum Beispiel eine Herausforderung, die dann ständig auch vom Marketing vollzogen wird. Wenn wir den Arbeitsvertrag erstellen, dann haben wir einen Stammdatenzugriff. Das heißt, bei der Erstellung benötigen wir den zukünftigen Angestellten oder die zukünftige Angestellten von dem Arbeitsvertrag. Wir brauchen ein paar persönliche Daten. Wir müssen wissen, auf welcher Position sie arbeitet. All das sind Daten, die häufig im Personalverfahren gepflegt sind. Und wenn das Personalverfahren schon heute mit dem ECM-System verbunden ist, dann können wir einfach darauf zugreifen. Und zu guter Letzt verändert sich auch so ein Arbeitsvertrag. Auch da kann ich gerade auf uns zurückblicken, weil wir gerade selber unsere Arbeitsverträge umgestellt haben. Und diese müssen letztendlich gepflegt werden, aber umso viel wichtiger in der Erstellungsphase die richtige Vorlage zu nutzen. Und das habe ich in einem kleinen Showcase auch vorbereitet. Wie würde so etwas im Alltag aussehen? Als allererstes bringen wir dem System bei, dass wir eine Vorlage erstellen wollen. Dazu ist es wichtig, dass wir die richtige Kopf- und Fußzeile auswählen. Das kann jeder Anwender, der die Vorlagen verwalten darf, ganz einfach in der Oberfläche machen. Dazu geht er in die passende Vorlagengruppe und sagt dann einfach über das Kontextmenü, dass er eine neue Vorlage erstellen möchte. Dabei erscheint ein kleiner Assistent und es wird einmal nach dem Namen gefragt und was für eine Standard-Kopf- und Fußzeile wir verwenden wollen. Wir haben ein paar im System hinterlegt, sodass wir jetzt hier einfach auswählen können, dass wir in unserem Szenario den Standard-Develop-Kopf- und Fußzeilen verwenden wollen. Das Ganze bestätigen wir mit OK und dann haben wir jetzt einmal die Vorlage erstellt und gleichzeitig dem System schon beigebracht, dass wir die richtige Kopf- und Fußzeile verwenden wollen. Wir haben also ab jetzt nur noch das Thema, dass wir die Fachlichkeit benutzen wollen. Und das geht da bei dem Arbeitsvertragsszenario so, dass wir natürlich den Inhalt hinterlegen müssen. Auch das machen wir wieder einfach kurz live und dazu gehen wir wieder in die Oberfläche, sagen jetzt wollen wir den Arbeitsvertrag bearbeiten und starten dann in das Bearbeitungsstudio und haben die Möglichkeit, den Arbeitsvertrag zu gestalten. Das ist eine Aufgabe, die von der Personalabteilung ganz konkret durchgeführt werden kann. Hier ist es wirklich so, dass die Menschen jetzt nicht mit Kopf und Fußzeilen in Berührung kommen, sondern einfach sagen können, OK, ich erstelle den Arbeitsvertrag. Ich habe ihn jetzt hier in diesem Szenario einfach mal reinkopiert und wir können direkt sagen, OK, was brauchen wir denn im Arbeitsvertrag? Das heißt, wir können jetzt hier auch erstellen, was muss der Sachbearbeiter später zum Arbeitsvertrag angeben? Und wir haben es in den Herausforderungen gesehen, dass wir einen Stammdatenzugriff haben. Das heißt, wir fragen jetzt nur Sachen ab, die wir auch wirklich benötigen und nicht aus dem Fachverfahren ziehen können. Bei uns ist es zum Beispiel das Gehalt. Und hier sehen wir auch, wie wir diese Abfrage verwenden können, nämlich indem wir sie einfach per Drag-and-Drop in die Vorlage hineinziehen. Das haben wir jetzt exemplarisch mit einer Eigenschaft gesehen. Klar, hier steckt natürlich jetzt Arbeit drin. Wir müssen dem System beibringen, welche Eigenschaften wir aus dem Stammdatensystem verwenden wollen, legen sie an und wir müssen dem System beibringen, welche Eigenschaften wir abfragen wollen. Und welche wir abfragen wollen, dazu haben wir oben ein kleines Fenster angelegt, nämlich die Angaben zum Arbeitsvertrag und darunter steht dann letztendlich das Gehalt. Und wie das Ganze dann fertig aussieht, schauen wir gleich im nächsten Schritt, weil dort hinterlegen wir jetzt den Durchgriff auf Developed Documents. Das heißt, wir haben jetzt eine Eigenschaft, die wir mappen wollen mit unserem System. Und dazu sehen wir ganz kurz immer noch den gleichen Arbeitsvertrag, jetzt mit allen Eigenschaften. Das heißt, ich habe jetzt einfach gesagt, okay, Vorname, Nachname, Straße, Hausnummer sind alles Eigenschaften, die aus der Personalakte kommen. Die müssen nicht zum Arbeitsvertrag angegeben werden, sondern werden direkt im Hintergrund mitgegeben. Und das sehen wir auch gleich, wie wir das mappen können. Und darüber hinaus haben wir auch noch Eigenschaften, die für uns in der Personalakte wichtig sind. So gibt es bei uns zum Beispiel ein Personalregister und ein Dokumenttyp. Das ist etwas, was nicht aus dem Fachverfahren kommt. Das ist aber etwas, was wir schon aus der Logik heraus beisteuern können. Wir wissen, dass dieses Dokument etwas vom Dokumenttyp Arbeitsvertrag ist. Und jetzt schauen wir uns auch einfach an, wie wir das Ganze mappen können. Weil dazu gehen wir nämlich jetzt in eine Eigenschaft, in diesem Fall einfach als Beispiel des Vornamens und gehen dort in die Eigenschaften hinein. Und unter dem Reiter Anbindungen haben wir die Möglichkeit, das Ganze jetzt mit unserem Developed Documents zu verheiraten. Hinterher ist dort eine Kommunikation zwischen den beiden Systemen und dazu werden wir dann hier die Anbindung hinterlegen. Und dadurch, dass wir jetzt hier den Pfad gesagt haben, das heißt, wie heißt das Feld bei uns in Developed Documents, weiß das System gleich, wenn wir den Arbeitsvertrag nutzen wollen, dass das Ganze dann jetzt hier mit dem Vornamen miteinander verknüpft werden soll. Ich habe das Ganze schon vorbereitet. Das heißt, Vorname, Nachname, Straße etc. sind alle schon verknüpft. Für dieses Schaubild habe ich jetzt den Vornamen genommen, dass wir das Ganze einfach mal live sehen können. Und das haben wir gerade gesehen. Wenn wir das kurz zusammenfassen, haben wir jetzt schon die Vorlage im System angelegt. Wir haben die Kopf- und Fußzeile ausgewählt und wir haben schon die Fachlichkeit hinterlegt. Wir haben die Metadaten, die wir verknüpfen wollen, schon miteinander verknüpft. Wir haben an der Vorlage schon hinterlegt, was für Angaben der Sachbearbeiter gleich angeben muss. Und als letzten Schritt ist jetzt noch wichtig, dass wir die Vorlage im System bekannt machen. Weil wir müssen dem System ja jetzt noch beibringen, wo an welcher Stelle wir diesen Arbeitsvertrag verwenden wollen. Bisher haben wir den einfach nur in unserer Vorlagenverwaltung hinterlegt. Und jetzt geht es darum, das Ganze nahtlos in Develop-Dokuments zu integrieren. Und auch das ist etwas, was natürlich die Fachabteilung machen kann. Warum? Sie als Projektgruppe oder als IT-Administrator haben vermutlich eine Ahnung, dass der Arbeitsvertrag in die Personalakte gehört. Unter welchen Voraussetzungen oder unter welchen Fachlichkeiten. Das ist häufig etwas, was dann nur wieder die Personalabteilung wissen kann. Oder vielleicht sogar der zuständige Sachbearbeiter, der den Arbeitsvertrag erstellt. Und auch das können wir uns ganz kurz angucken. Weil das funktioniert nämlich bei uns einfach im Web-Client. Und dazu auch hier wieder einen kleinen Live-Szenario. Wir gehen auf die Konfiguration und dort haben wir unseren Administrator hinterlegt. Und hier ist es auch so, dass letztendlich der Anwender oder die Anwenderin, die diesen Assistenten benutzt, wird jetzt von uns auch durchgeleitet. Unser Ziel muss natürlich sein, dieses Szenario ganz ohne Schulungsinhalte zu machen. Deswegen haben wir gerade ausgewählt, welche Vorlage wir nutzen wollen. Und sehen jetzt hier die Abfrage, wo soll denn die Vorlage angezeigt werden? Das heißt, da sehen wir alle Dokumentarten und Ablagekategorien, die wir haben und suchen uns jetzt einfach die Personalakte raus. Das ist zum Beispiel ganz wichtig, weil Sie könnten ja einen allgemeinen Briefkopf noch in viele Akten-Szenarien miteinander verknüpfen. Und in meinem Szenario will ich dann auch, dass das fertige Dokument nur als Personaldokument abgelegt wird. Das ist nämlich die zweite Frage, dass mich das System sagt, wo soll es angeboten werden und unter welcher Dokumentart wollen wir das Ganze ablegen. Auf der letzten Seite in dem Assistent haben wir dann die Möglichkeit, einfach nochmal die verknüpften Vorlagen zu benutzen. Und hier wäre zum Beispiel auch eine Stelle, wo wir dem System beibringen können. Es handelt sich um einen Serienbrief zum Beispiel. Oder wir können es hier auch noch weiter granulieren. Das heißt, wir könnten zum Beispiel den Arbeitsvertrag nur anzeigen, wenn der Status ist, dieser Mitarbeiter ist eingestellt oder dieser Mitarbeiter befindet sich im Status Einstellung. Das alles haben wir hier als Möglichkeit einfach zu hinterlegen. Ja, was haben wir jetzt gesehen? Alles, was wir bisher live gesehen haben, ist so, dass wir die Vorlage im System hinterlegen müssen. Das ist natürlich etwas, wo wir Sie befähigen wollen, dass Sie das auch selber können. Wir sehen es auch gleich nochmal. Wir haben sogar ein kleines E-Learning dazu vorbereitet. Wir können Sie anleiten in den ersten zwei, drei Vorlagen. Wir bieten Schulung an, dass Sie all diese Funktionalitäten nutzen können. Am Ende des Tages muss man aber natürlich auch sagen, dass Sie dann die breite Masse an Vorlagen pflegen und verwenden. Und das zum Beispiel natürlich in die Fachabteilung. Das heißt, die zentralen Abteilungen kümmern sich um das Corporate Identity, um den Auftritt, dass alle Dokumente entsprechend den Vorgaben aussehen. Und die Fachabteilung kann sich voll auf die Fachlichkeit spezialisieren und auf die Anbindung an das Developed Documents dann. Ja, und wenn wir die Vorlage verwenden wollen, ist auch wirklich wichtig, überall, wo wir Oberflächen aus Developed Documents haben, können wir diese Vorlagen benutzen. Deswegen sage ich immer, ganz egal wo, einfach dort, wo der Sachbearbeiter sich gerade befindet, ist unsere Mission, den Developed Documents zu integrieren und dort natürlich auch all die Funktionalitäten zu nutzen. Das heißt, wir sehen es jetzt mal ganz konkret aus einem Outlook-Szenario heraus. Da ist es so, dass ich jetzt einfach mal meiner Auszubildenden gesagt habe, hey, bitte erstelle jetzt mal diesen Arbeitsvertrag. Das habe ich mit einer E-Mail gemacht. Ich habe ihr eine geschickt. Dadurch, dass ich zum Beispiel auch die zukünftige Personalnummer, das heißt, ich habe den Fall in meinem Personalverfahren angelegt, ist ja häufig bei Ihnen auch so, dass in dem Moment, wenn man sagt, diesen Menschen stellt man ein, dass man dann den Menschen den Personalfall anlegt, damit wir dann entsprechend die Dokumente zu sortieren können. Das habe ich getan. Die Outlook-Integration hat mir automatisch die Personalakte geöffnet und ja, meine Auszubildende ist dann jetzt einfach hingegangen und über den Detailreiter hat sie die Möglichkeit, dann die Vorlage entsprechend zu benutzen. Das heißt, am Rand finden wir die Kontextaktion. Dort gibt es eine, wo wir die Vorlage dann letztendlich erstellen können und hier zeigt mir das System jetzt alle hinterlegten Vorlagen an. Und da finde ich dann auch den Arbeitsvertrag wieder. Das heißt, hier will ich jetzt den Arbeitsvertrag aus, sage, das soll später zu einem Personaldokument werden und dann kann ich jetzt in dem Erfassungsassistenten oder Erstellungsassistenten vom Arbeitsvertrag einmal sehen, dass sämtliche Eigenschaften bereits im linken Bereich vorhanden sind. Der Konrad Dialog zum Beispiel. Und ich nur noch die Angaben mache, die ich machen muss. Das ist bei uns den Arbeitsstandort. Das Gehalt ist bei uns persönlich verhandelt. Wir haben auch hier in Projekten schon mal hinterlegt, dass wir auf Tariflisten entsprechend zugreifen und die Dauer des Arbeitsverhältnisses ist es bei uns auch noch eine Eigenschaft, die entsprechend abgefragt wird. Das pflegen wir bei uns im Personalverfahren nicht mit. Das hinterlegen wir dann zum Beispiel im Arbeitsvertrag als solches. Und da könnte man dann zum Beispiel sagen, ist befristet bis ein Jahr als Elternzeitvertretung etc. Das habe ich so an der Vorlage hinterlegt, dass der Mensch, der diese Vorlage jetzt benutzt, nur noch die Fachlichkeit sieht und auch entsprechend die Eigenschaften angibt, die noch notwendig sind. Und er ist jetzt in seinem Outlook geblieben, hat diese Vorlage benutzt, hat diesen Arbeitsvertrag erstellt und hat dann letztendlich auch seine Arbeit getan, die er tun muss. Ich weiß, ich rede sehr schnell. Ich erzähle das häufig auch sehr schnell. Und das ist vermutlich auch nicht ganz so einfach, sich das jetzt alles aufzuschreiben. Müssen Sie auch nicht. Warum müssen Sie das nicht? Wir haben das Thema zu einem E-Learning aufbereitet. Das heißt, Sie können einfach gratis unter portal-developed.de slash academy können Sie hinnavigieren und können sagen, arbeiten mit dem Develop Template Management. All das, was ich dazu gerade erzählt habe, können Sie dort nochmal Schritt für Schritt in einem interaktiven E-Learning nachklicken und Sie werden dann auch durch alle Oberflächen nochmal durchgeleitet. Hier ein paar Stichpunkte aus dem E-Learning. Da ist es so, dass wir die Benutzeroberfläche sichten wollen, dass Sie selber auch eine Kopf- und Fußseile hinterlegen können und natürlich auch die Metadaten mit Develop Documents verbinden, sowie die Vorlage dann auch zu registrieren im System. Und eigentlich wären wir jetzt mit dem vorhandenen Prozess fertig. Ich finde aber, wenn wir über den Arbeitsvertrag reden, können wir noch viel weiter denken. Wir selber machen das auch. Das heißt, wir gehen hin, erstellen den Arbeitsvertrag digital und denken dann weiter und haben weiter gedacht und fragen, okay, was kommt denn danach? Ja, danach kommt eine Unterschrift. Und es wäre ja deutlich cooler, wenn wir auch diese digital machen können. Jeder kennt das. Ein Arbeitsvertrag wird ausgedruckt, dann wird der unterschrieben oder der Geschäftsführung noch vorgelegt. Ja, und da muss man ja sagen, gerade die Pandemie hat nochmal gezeigt, vor Ort zu sein für eine Unterschrift. Das ist etwas, was sich auch so ein bisschen nicht mehr modern anfühlt. Und deswegen haben wir die Möglichkeit, auch die Arbeitsverträge digital zu unterzeichnen. Wir selber gehen hin, erstellen den Arbeitsvertrag und legen ihn sowohl der Geschäftsführung zur Unterzeichnung vor, als auch den neuen Mitarbeitern. Für uns natürlich der Vorteil, dass der neue Mitarbeiter sich direkt mit der Oberfläche vertraut machen kann und durchaus sich schon mal ein Konto erstellt, um etwas elektronisch zu signieren. Aber auf der anderen Seite ist natürlich viel cooler, dass der ganze Prozess jetzt digital ist. Von der Erstellung bis zur Unterschrift und die ist rechtsgültig. Deswegen kann ich Ihnen nur ans Herz legen, sich, wenn Sie sich mit dem Vorlagenmanagement beschäftigen und Dokumente erstellen, auch im zweiten Schritt sich mit dem Thema beschäftigen können, wie Sie diese Dokumente rechtssicher unterzeichnen können. Dazu haben wir zum Beispiel im Develop Store das Thema Developsein. Und auch dann kann man das Thema ja noch viel weiterdenken. Wieso noch weiterdenken? Arbeitsvertrag, was heißt das denn konkret? Ja, es geht ja um den Mitarbeiter. Und es geht auch um die Mitarbeiterkommunikation. Jetzt hat der Mitarbeiter den Arbeitsvertrag unterschrieben und dann kriegt er eine Nachricht, dass beide Seiten ihn unterschrieben haben. Er kann sich den herunterladen. Ja, das sind alles Funktionalitäten, die heute da sind, damit alle Parteien auch den unterschriebenen Arbeitsvertrag bekommen. Aber wie cool wäre das denn, wenn wir eine App dazu hätten, um Dokumente zu teilen? Und nicht nur das, sondern wir können ja den Mitarbeitern noch weitere Informationen ziehen. Daher haben wir auch einen Vortrag auf dem diesjährigen Develop Forum zur Mitarbeiter-App. Da wollen wir Ihnen einfach zeigen, wie wir auch dieses Thema weiterdenken können. Was passiert denn nach der Unterschrift mit dem Arbeitsvertrag? Der Kollege fängt bei uns an, der benötigt IT, es starten gewisse Prozesse, der kriegt Lohndokumente. All das sind Themen, die wir bei uns in der Mitarbeiter-App realisieren können, bis hin zum Urlaubsantrag oder Krankenmeldung. Und da kann ich Ihnen nur wärmstens ans Herz legen, sich auch mit diesem Thema zu beschäftigen, damit wir Stückchen für Stückchen die Mitarbeiter-Kommunikation komplett digitalisieren können. Das soll es an dieser Stelle zu dem Thema auch schon gewesen sein. Ich würde mich freuen, wenn wir uns nächstes Jahr auf den Public Sector Days 22 dann auch hoffentlich wieder vor Ort treffen. Ich weiß gar nicht, wo das genau ist nächstes Jahr, aber Sie finden alle Informationen unter develop.de slash public-sector-days. Ich sage vielen Dank und freue mich auf den nächsten Vortrag mit Ihnen.